Ja, ich bin gut angekommen hier, hatte eine lange Anreise vor mir, war heute morgen beim Medizincheck und mir geht es jetzt gut so weit. Worauf freue ich mich am meisten, ich denke, auf den ganzen Club. Mein Bruder war schon hier, hat mir schon einiges erzählt über die Fans, über den Club, über das Umfeld, über die Mannschaft. Also ich freue mich eigentlich auf alles hier und will so schnell als möglich ins Training einsteigen. Ich habe vorgenommen, erst einmal mit Union den Klassenerhalt zu schaffen und dann probieren, so viele Spiele wie möglich zu machen, dass ich auch der Mannschaft weiterhelfen kann. Und ich denke, ich kann das und ich hoffe, dass ich es auch machen werde. Als der Anruf kam, musste ich nicht lange überlegen. Ich glaube, Union ist ein mega geiler Verein, ein familiärer Verein. Das ist, glaube ich, auch für einen jungen Spieler extrem wichtig, auch mit erfahrenen Spielern zusammenzuarbeiten, noch vieles von ihnen zu lernen. Deswegen war die Überlegung nicht so schwer. Ich bin riesig erleichtert, dass es jetzt geklappt hat und habe Bock, dass es endlich losgeht. Ich glaube, dass ich vor dem Tor ganz gut bin, rechts wie links. Ich glaube auch, dass ich eine gute Schnelligkeit habe mit dem Ball, ohne den Ball. Defensivarbeit bin ich auch gut, sage ich mal. Ich glaube, da kann ich der Mannschaft helfen und ich freue mich drauf. Auf das Stadion, auf die Mannschaft, jetzt die Mannschaft kennenzulernen. Ich glaube, die Jungs machen es mir nicht so schwer, reinzufinden. Aber wie gesagt, auf die Stadt, auf die Union-Fans. Ich freue mich am meisten.